So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Cat Lady. Wir sind gerade ins Haus eingetreten von, ich weiß nicht, dem Tod. Mal schauen. Gemälde. Ist dasselbe Gemälde, was bei Downfall auch, Hagenkno. Wir hätten echt Cat Lady vorher spielen sollen. Naja, gut. Ist sie wirklich hier? Vielleicht ist es am Ende nur ein Traum. Ich weiß immer noch nicht wirklich, wer sie sind. Werde ich bestraft, weil ich mir mein Leben genommen habe? Ist da noch jemand hier? Ist das, ähm... Was? Lore... Lorelai? Ja. 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 Doch? Sind zwei Tüten drin. Die einzige Freundin in der ganzen Welt. Also wie gesagt, ich werde dir einen Offer machen. Ich möchte dir helfen. Ich werde dir wieder deine Glückwunsch zurück, in exchange für eine einfache Aufgabe. Dein Leben wird komplett verändern. Du wirst dich wieder sein. Und du wirst bald vergessen die Sadness die ihr Herz für Jahre verletzt. Moment, ich muss mal ganz kurz... Jonas! Mit der Tüte, die du auf den Boden gestellt hast, mit dem Hundefutter. So. Die Frage nach dem Katzenfutter, dem Unauffindbaren. Oh wei, oh wei. Ist noch jemand da? Ist da jemand anderes hier? Ja. Hi. Ich dachte, du liefst dir alleine. Ist das warum du wegst du von allen? Es geht nicht. Ich war gerade hinter dir, wenn du dir alle diese Fotos wegwerfst. Du weißt? Ich bruschte dein Haar jedes Nacht. Du schreitst dir selbst zu schlafen. Ich sah alles. Ich weiß, was du willst. Aber es ist nicht hier. Es ist weg. Und es wird nie wieder wieder kommen. Ich habe keinen Grund zu leben. Bitte lassen Sie mich einfach gehen. Ich habe keinen Grund zu leben. Bitte, lass mich einfach gehen. Ich versuchte. Ich habe wirklich versucht. Aber es wird niemals okay sein. Wer weiß. Vielleicht. Aber eine Art oder andere. Das ist nicht der Ende der Geschichte. Es ist nur der Anfang, mein Lieber. Ich habe keinen Grund zu leben. Bitte lassen. Achso. Was soll ich tun? Okay. Dann gehen wir mal hinterher. Und was sollen wir da tun? Ich bin eine Versagerin. Warum haben sie mich ausgewählt? Diese fünf Personen. Wer sind sie? Was bringt sie zu der Annahme, dass ich zurück will? Nein. Huh? Sie haben nichts, aber schreckliche Intentionen. Sie wollen dich schmerzen, Susanne. Sie wollen dich töten. Sie wollen dich töten. Sie wollen dich töten. Wie schuldig wie sie sein können, Parasite sind die schrecklichen Schmerzen der Erde, und sie alle verdienen zu sterben. Meine Leben ist nicht schlecht genug ohne sie? Sie wollen sie nicht schrecklich. Sie werden eine große Vorteile über sie. Sie wissen nicht, was Sie wissen. Sie verstehen, was es bedeutet? Sie werden meine Schmerzen, um für ihre Schmerzen zu verletzen. Ein Handel der Destruction. Die Schmerzen, um die Schmerzen zu verletzen. Sie finden ihre Zielgruppe in der Leben, und Sie sehen, für die erste Mal, wie es möglich ist. Aber wie werde ich sie erkennen? Es gibt nicht viele Leute in deinem Leben, oder? Sie werden sie wissen, Susanne. Sie werden sie wissen, wenn Sie sie sehen. Sie bringen sie zu verletzen. Sie bringen sie zu verletzen. Sie bringen sie zu verletzen, für alles, was sie getan haben. Wow. Jetzt ergibt es alles noch einen Schuh. Es ergibt einen Schuh. Wir haben ja bei, äh... Downfall waren wir ja der sechste Parasit, ne? Erwarten sie von mir, dass ich sie töte? Okay. Okay. Well, that's not quite right. I've been around for a while. But I also know that you don't want to suffer, and those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type. But I see your point. I'm glad. And remember this. You are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And a chance to save yourself. Kann ich nicht tun. Das ist zu viel. What makes you think, I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan. You don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You'll remain. I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down? Whatever it is I have to do. Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. I don't know how you feel. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police. Not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. What? Danke! Was? Ja, aber... Das ist Erpressung. Das können sie nicht tun. Es ist alles nur ein selbstsamer Traum. Ich glaube ihnen nicht. Scheiße, ey. Gut. Wir nehmen noch, dass es ein selbstsamer Traum sein muss. Was? Es ist allesое Court. Ich glaube nicht. Es ist alles ein bisschen. Du messt für dich. Und ich werde wirklich ein bisschen Susann hier sein. Ich werde mich nicht. Was? Ich kannən. Ich werden. Ich weiß nicht. Ich habe mich. Ich weiß nicht. Ich werde mich. Wirklich teilen. So, meine Lieben, an der Stelle würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Wir haben wieder sehr viel erfahren. Wir haben nun unsere Gewissheit, wir sind gerade in einer kleinen Zwischenparallelwelt. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt geworden ist, weil ich habe den Timer vergessen zu stellen. Deswegen, es kann sein, dass es zu lang oder auch zu kurz ist, also dementsprechend, naja. Aber wir machen jetzt trotzdem den Cut. Wir sind in einer Zwischenwelt. Wir haben mal wieder die nette Dame, die Königin der Maden, getroffen. Wie auch schon in Downfall. Ich hätte echt dieses Spiel zuerst spielen sollen, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Oh man, ich bin super, super gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt ja sehr viel Story, wenig Spiel. Ja! Gott, ey! Hilfe! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da oder auch ein kleines Abo. Würde mich freuen, euch wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!